Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Prime Time Magazin. Heute mit fantastischen Bildern, großartigen Geschichten und extra viel. Bitteschön. Und ganz frisch gerade reingekommen Bilder von unserer ersten Selection-Reise. Al-Yakara im hohen Norden. Und es ist wirklich was ganz Besonderes, wenn man das Glück hat, diese fantastischen Polarlichter zu sehen. Gucken Sie mal her. Das ist der Wahnsinn. Guck da hoch. Ja. Guck da hoch. Unsere Gäste sind manchmal wirklich ein ganz kreativer Haufen. Die verabreden sich auf Facebook vor ihrer Reise, treffen sich dann an Bord und dann machen sie Sachen zusammen. Zum Beispiel sie gründen ein Shantikor. Und bitteschön. Wir sind eigentlich so ein wilder Haufen. Wir haben uns auf Facebook kennengelernt. Es gibt ja immer diese Touren, wann fahrt ihr alle und so. Und naja, in so einem Gespräch ist dann halt entstanden, wir planten Treffen. Und das habe ich dann gemacht. Und jetzt stehen wir hier und wollen die Prima rocken. Seid ihr schon aufgeregt? Ja. Singen ist eigentlich nicht so mein Ding, aber wir wollen heute ein paar Seemannslieder singen. Herzlich Willkommen zum Maritim in der Hand auf AIDA Bremer. Und hier sind sie, die Gäste, die den Abend gestaltet werden. Herzlich Willkommen. Gute Gäste. Ist das schön. Ein Haub ein! Haub ein! Haub ein! Ja, einfach, nachunhalb ein. Traupte, lege das Kohle an Heid. Annessehst du dich, denn das Wind mit sich. Auf der Weg, nachunhalb ein. Wer noch niemals mit Rausch in der Nacht Deinem Jäger war Wumpe gemacht Ist mein Name nicht, denn er kennt mich nicht Mein St. Pauli, St. Pauli, Heiland Meine Damen und Herren, eines begeben wir heute hier an wollen, unser prima Schalzi-Crupp! Und Sie haben sich ja gewünscht, mehr zu hören und zu sehen von unseren Offizieren Und da haben wir den zweiten Offizier Johannes mal gefragt, ob er so ein paar richtig spannende, interessante Seemannsgeschichten auf Lager hat Lehnen Sie sich gemütlich zurück und hören Sie zu! Bitteschön! Mein Name ist Johannes, ich bin Ihr zweiter Offizier Das mit dem Essen war auf See immer so eine Sache Man hat früher den Schiffszwieback nur nachts gegessen, damit man nicht die Käfer und Kakerlaken sieht, die darin gehaust haben Viel Abwechslung gab es auch nicht, außer dem Schiffszwieback mit den Käfern darin Da gab es kaum Vitamine, kaum Obst oder Gemüse Und so hatte die Seefahrt Jahre jahrhundertelang mit der Krankheitskorbhut zu kämpfen Eine Vitamin-C-Mangel-Erscheinung Der berühmte Seefahrer James Cook war einer der Ersten, der sich vorgenommen hat, eine Lösung zu finden Und zwar hat er es mit Sauerkraut versucht damals Das Sauerkraut ist an sich recht praktisch, hält sich gut Wurde auch in Deutschland den ganzen Winter über gegessen als Vitaminquelle Den englischen Seeleuten war es auf jeden Fall sehr suspekt Sie wollten das Zeug nicht so wirklich runterkriegen Cook hat umgehend darauf reagiert, hat das Sauerkraut wieder vom Speiseplan geschlirchen Und es nur in der Offiziersmesse ausgegeben Da hat es dann den Offizier natürlich eingeprichtert, das mit großem Appetit und großer Freude zu essen Was dann so langsam nach und nach den Futterneid der Matrosen angeheizt hat Bis sie es kaum erwarten konnten, als endlich wieder Sauerkraut in die Crewmesse gestellt wurde Der nächste Schritt war dann die Ausgabe von Zitrusfrüchten wie Limonen oder vor allem Zitronen Limonen waren ein bisschen billiger, da hat die Royal Navy jahrhundertelang Limonen ausgegeben Den sauren Geschmack muss man auch erstmal mögen Auch da hat man sich geholfen Und zwar mit dem Liebesgetränk der Seeleute mit Rom Mojito, Calperinia und dergleichen gehen also auf die Behandlung gegen Skorbut zurück Heutzutage stehen wir in guter Verbindung mit unserer Heimat Das war vor noch sehr kurzer Zeit keinesfalls so Noch zu der Zeit meiner Seefahrtschuld-Professoren Was gang und gäbe, dass man sogenannte Postbuje ins Wasser gesetzt hat Da hat die ganze Mannschaft Briefe geschrieben, die Briefe wasserdicht verpackt in einen Sack oder eine Kiste gelegt Eine Menge Schnaps und Zigaretten dazu und das Ganze an eine Buje gebunden und ins Wasser geworfen In der Hoffnung, dass einheimische Fischer diese Buje aufglauben, sich über den Schnaps und die Zigaretten freuen Und die Post dann weiter nach Hause schicken Soll sogar ziemlich gut funktioniert haben Und wenn auch Sie jetzt so richtig Lust bekommen haben auf See fahren Dann gehen Sie in das Reisebüro oder gucken Sie auf www.aeda.de Und jetzt kommt für Sie die Verlockung der Woche Sie haben vorhin die Polarlichter gesehen Und genau dahin geht's hoch in den Norden Bitteschön Wir starten unsere Reise in Hamburg und fahren als erstes nach Newcastle, Ingvar Gordon und Kirkwall Nun führt uns unsere Route nach Lörwig, Trondheim und Orlesund Es geht weiter nach Bergen, Ulwig und Eidfjord Wir machen noch Halt in Starwanger und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Hamburg Und während ich den Tanz der Woche mache, sehen Sie die Bilder der Woche Viel Spaß Soll Sie das? Kost Large Bitteschön 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 Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020